Ist die Katze damit endgültig aus dem Sack? Seit mehreren Wochen halten sich die Spekulationen um das Liebesleben von Marc Terrenzi, 44. Denn auf Social Media zeigte sich der Musiker mit der TV-Moderatorin Verena Kehrt, 41, während eines Urlaubes auf der Baleareninsel Mallorca. Geht zwischen den beiden was oder nicht? Wenn man diesem Foto von Marc und Verena Glauben schenken mag, dann schon. Via Instagram teilte der Ex-Mann von Sarah Connor, 42, mit seiner Community einen vielsagenden Schnappschuss. Darauf knutscht er mit der hübschen TV-Beauty und kann dabei gar nicht anders als zu lächeln. Der beste Ort, an den wir denken können, um allen zu sagen, scheiße, ich liebe dich, schrieb der 44-Jährige dazu. Damit dürfte nun klar sein, dass es zwischen den beiden gefunkt hat. Denn auch Olivia Jones, 52, grinst im Hintergrund total begeistert. Dabei hatte Verena gegenüber Bild zuletzt noch erklärt, dass sie und Marc nur Freunde seien. Angeblich steckte hinter den Turtelbildern nämlich nur ein Spaß unter Freunden. Nun ist daraus aber wohl mehr geworden. Marc's Fans freuen sich jedenfalls sehr für ihn. Ich wünsche euch alles Gute, schrieb beispielsweise ein Unterstützer. Bis zum nächsten Mal.